Herzlich Willkommen zum Testvideobericht, der Haus- und Gartentest, diesmal zum Hairstyler Easy Twist von Unold. Der in roter und weißer Version erhältliche Lockenstab fällt natürlich sofort durch seine große Spirale auf, ebenso aber auch durch das bewusst simpel gestaltete Bedienkonzept. Der Easy Twist erzielte im Test einen sehr gut bei der Bedienfreundlichkeit. Dies liegt einerseits am simplen Haarfixierungsmechanismus, aber natürlich auch an der Spirale. Diese sorgt für das komfortable und sehr schnell zu erlernende Aufdrehen der Strähnen. Die Lockenform gestaltet sich durchweg gleichmäßig mit hoher Elastizität. Auch bei der Pflegewirkung gab es keinerlei Anlass zur Kritik. Die Lockenhaltbarkeit liegt durchweg auf hohem Niveau. Die stets kühle Spirale mit ebenso kühler Spitze erleichtert die sichere Handhabung. Es gibt folglich viele gute Gründe für den Easy Twist. Aufgrund des äußerst attraktiven Marktpreises konnte er sogar den Preis-Leistungssieg erreichen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ihre Haus- und Gartentest.